Am 15. November 1977 macht sich die 13-jährige Megumi Yokota aus Suidocho in Niigata auf den Heimweg vom Badminton-Training. Sie geht zunächst gemeinsam mit zwei Freundinnen, doch sie trennen sich nach kurzer Zeit, da sie unterschiedliche Heimwege haben. Es ist kurz nach halb sieben am Abend. Megumi kommt nicht zu Hause an. Bitte lasst ein Like da und denkt daran, den Kanal zu abonnieren, um die kommenden Fälle nicht zu verpassen. Noch am gleichen Abend informieren Megumis Eltern die Polizei. Eine groß angelegte Suche mit mehreren hundert Polizisten wird durchgeführt, doch sie finden keine Spur von Megumi. Allerdings bleibt der eingesetzte Polizeihund immer an der gleichen Stelle auf Megumis Nachhauseweg stehen. So, dass die Ermittler davon ausgehen, dass sie an dieser Stelle in ein Auto gestiegen ist, beziehungsweise dazu gezwungen wurde, einzusteigen. Megumi gilt als fröhliches, zuverlässiges Mädchen. Sie hat viele Freunde, ist gut in der Schule und eine begabte Zeichnerin. Dass sie freiwillig weggelaufen ist, wird von Beginn an ausgeschlossen. Am Vortag ihres Verschwindens hat sie mit ihrem Vater seinen Geburtstag gefeiert und die Stimmung war ausgelassen. Als ihr Lehrer am Tag nach ihrem Verschwinden eine Schulversammlung einberuft und den Schülern erklärt, dass sie vermisst wird, macht sich eine bedrückende Stimmung breit. Irgendwie haben in diesem Fall alle von Anfang an gespürt, dass er nicht in wenigen Tagen geklärt sein wird. Doch obwohl die Polizei umfangreich ermittelt, finden sie keine Hinweise mehr. Erst 20 Jahre später, Anfang 1997, wird bestätigt, was viele insgeheim vermutet haben. Das japanische Parlament hat sichere Informationen zusammengetragen, dass Megumi tatsächlich von einem Agenten nach Nordkorea entführt worden ist, und zwar von Singkwangshu. Sie haben Informationen von Südkorea erhalten, wo der Agent gerade in Haft sitzt. Der Grund, warum in den 70er und 80er Jahren immer wieder Japaner heimlich nach Nordkorea gebracht werden, ist, dass die Regierung sie dort zur Ausbildung von Spionen einsetzen möchte, zum Beispiel zum Lernen der Sprache. Die nordkoreanische Regierung gibt den Sachverhalt natürlich nicht sofort zu. In einer Fernsehsendung im Februar 1997 leugnet ein Politiker die Entführung Megumis oder irgendeines anderen Japaners nach Nordkorea. Doch die Informationen, die die Regierung bereits zusammengetragen hat, sind detailliert und schlüssig. Auch Megumis Vater Shigeru ist überzeugt, dass das, was sie herausgefunden haben, der Wahrheit entspricht. Er gründet ein Komitee für Entführungsopfer, da der Fall seiner Tochter ja kein Einzelfall ist. Gemeinsam wollen sie die weitere Klärung der Fälle vorantreiben. Dies setzt die nordkoreanische Regierung zunehmend unter Druck. Das Komitee startet verschiedene Aktionen, um die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit zu steigern und sammelt in Petitionen über eine halbe Million Unterschriften, um die restlose Aufklärung von Megumis Fall und weiteren mutmaßlichen Entführungsopfern zu erreichen. Die nordkoreanische Regierung äußert, sie hätten keinerlei Bedarf oder Interesse daran, minderjährige Schüler aus Japan zu entführen. Doch die japanische Regierung legt alle ihre bisherigen Ermittlungen offen und es wird zunehmend schwieriger für Nordkorea, sich herauszureden. Nachdem immer weitere Fakten zusammengetragen werden, trifft der japanische Premierminister Junichiro Koizumi sich schließlich mit Kim Jong-il und bei diesem Treffen räumt der nordkoreanische Staatsführer tatsächlich die Entführungen ein und entschuldigt sich dafür, dass der Sachverhalt zuvor abgestritten wurde. Er gibt allerdings an, dass in den letzten Jahrzehnten insgesamt 13 Japaner von nordkoreanischen Agenten entführt worden seien. Die japanische Regierung hat zu diesem Zeitpunkt bereits Informationen und Fakten zur Entführung von 17 Personen zusammengetragen. Und die Dunkelziffer, also die Fälle, bei denen es zu wenige Informationen gibt, aber die vermutlich auch mit Nordkorea zu tun haben, liegt vermutlich noch viel höher. Doch immerhin hat Kim Jong-il nun zugegeben, dass überhaupt Entführungen stattgefunden haben. Allerdings erklärt er weiterhin, von den 13 von ihm bestätigten Fällen seien 8 Personen bereits gestorben. Darunter soll auch Megumi Yokota sein. Er legt Sterbeurkunden mit angeblichen Todesursachen für alle vor. Doch ist Megumi wirklich tot? Bis heute bestehen Zweifel daran, dass sie tatsächlich gestorben ist. Dazu später mehr. Immerhin gibt die nordkoreanische Regierung noch einige Fotos heraus, die Megumi nach ihrer Entführung zeigen. Durch die Arbeit der japanischen Ermittler und der Aussage von Sin Quangshu, dem Agenten, der Megumi entführt hat, gibt es zur Zeit nach Megumis Entführung relativ klare Informationen. Sin Quangshu parkt am Abend des 15. November 1977 in Suidojo. Ein weiterer Agent ist dabei, doch Quangshu hat das Sagen. Als Megumi alleine an dem einsamen Straßenabschnitt vorbeigeht, schnappen sie sie und werfen sie in ihr Fahrzeug. Es geht blitzschnell, niemand sieht etwas. Sie bringen sie auf ein kleines Boot, mit dem sie zur Fähre fahren, die in Niigata ablegt und die direkt nach Nordkorea fährt. Die Fährverbindung von Niigata aus ist zum damaligen Zeitpunkt eine der wenigen Schiffsrouten, die überhaupt nach Nordkorea fahren. Auf der 40-stündigen Überfahrt bleibt sie im Laderaum des Schiffes eingesperrt. Sie ruft die ganze Zeit um Hilfe und kratzt sich die Fingernägel an der Wand des Schiffs blutig, doch niemand bemerkt etwas oder traut sich, etwas zu bemerken. Sie wird nach Pyongyang gebracht, wo sie zunächst Koreanisch lernen muss. Sie lebt in einem kleinen Zimmer und verschiedene Agenten, auch Sinh Gwangshu, der sie entführt hat, kommen regelmäßig vorbei, um zu kontrollieren, dass sie lernt und sich anpasst. Nach neun Monaten in Nordkorea, im August 1988, wird Hitomi Soga zu ihr gebracht und sie teilen sich fortan das Zimmer. Hitomi ist 19 und wurde wenige Tage zuvor von Manocho in Niigata aus entführt. Sie ist mit ihrer Mutter abends beim Einkaufen gewesen. Auf dem Heimweg merken die beiden plötzlich, dass drei Männer sie verfolgen. Hitomi und ihre Mutter bekommen Angst und beeilen sich, doch die Männer holen die beiden ein und zehren sie hinter einen großen Baum, nur wenige hundert Meter von ihrem Haus entfernt. Hitomi wird von den Männern gewaltsam in einen Koffer gesteckt. und in ein Fahrzeug gebracht. Vom Fahrzeug aus wird sie immer noch im Koffer auf ein Boot und von dort auf ein Schiff gebracht. Sie vermutet, dass das Schiff in Cheongju in Nordkorea angelegt hat, wo sie von drei Agenten und einer japanisch sprechenden Frau, die vermutlich selbst unfreiwillig dort ist, vom Schiff geholt wird. Was mit ihrer Mutter geschehen ist, konnte bisher nicht geklärt werden. Hitomi sieht sie auch in Nordkorea nicht wieder. Nachdem sie mit Megumi zusammen wohnt, freuen die beiden sich schnell an. Hitomi bekommt den koreanischen Namen Kin He-kyung, während Megumi unter dem Namen Ryumyong-Sok leben muss. Die beiden stehen zwar unter der ständigen Überwachung der Agenten, aber sie dürfen auch hin und wieder Freizeitaktivitäten ausüben, zum Beispiel zusammen zum Sport gehen und so weiter. Trotzdem ist natürlich an eine Flucht aus dem Land, in dem sie ständig kontrolliert werden, nicht zu denken. Im Juni 1980 wird Hitomi dann zu Charles Jenkins gebracht, einem US-Soldaten, der 1965 in Südkorea stationiert war und den Auftrag erhalten hat, eine Aufklärungsmission in Nordkorea zu leiten. Er hat Bedenken und lehnt zunächst ab, macht es aber dann doch. Leider fliegt er auf und hat keine Wahl, als sich der gegnerischen Seite zu ergeben. Seitdem befindet er sich in Gefangenschaft in Nordkorea. Zwischen ihm und Hitomis Soga wird im Jahr 1980 von den Agenten eine Ehe arrangiert. Nachdem Hitomi zu Charles gezogen ist und ihn geheiratet hat, bleibt Megumi mehrere Jahre lang alleine und wird um 1984 herum, im Alter von 20 Jahren, nach Tadayu gebracht, einem kleinen Ort, in dem sie gemeinsam mit der 28-jährigen Yaiko Taguchi lebt. Yaiko ist ebenfalls sechs Jahre zuvor und zwar in Shinjuku in Tokio entführt worden. Zu der Zeit hat sie bereits zwei kleine Kinder im Alter von ein und zwei Jahren, die zum Zeitpunkt ihrer Entführung in einer Kinderbetreuungseinrichtung waren. Ihr damaliger Partner meldet Yaiko im Juli 1978 vermisst. Nachdem sie mit Megumi Yokota zusammenlebt, bekommen beide eine Schülerin, Kim Sukuhi und Kim Yonhoi. Sie sollen zu Agenten ausgebildet werden und lernen von Megumi und Yaiko die japanische Sprache, Kultur und Verhaltensweisen. Die beiden Schülerinnen sind in einem ähnlichen Alter wie ihre Lehrerinnen und erhalten zusätzlich zum Unterricht durch die Japaner auch eine militärische Ausbildung. Yonhoi ist die Tochter eines Diplomaten und ist in recht privilegierten Verhältnissen aufgewachsen. Eigentlich möchte sie ebenfalls Diplomatin werden, wird aber wegen ihrer bereits vor dem Unterricht durch Yaiko sehr guten Japanischkenntnisse ausgewählt, Agentin zu werden. Einige Jahre später, am 29. November 1987, findet ein Anschlag statt, bei dem ein Flugzeug der Korean Airlines von Agenten in die Luft gesprengt wird. Die beiden Agenten sind zunächst selbst an Bord, wo sie den Sprengsatz deponieren und steigen dann bei der Zwischenlandung in Abu Dhabi aus. Nach dem Weiterflug detoniert der Sprengsatz mittels eines Zeitzünders. Alle 115 Personen an Bord sterben. Zunächst wird der Vorfall der japanischen Roten Armee, einer linksgerichteten Terrorgruppe, in die Schuhe geschoben. Doch die japanische Botschaft in Bahrain überprüft die Einwanderungsakten und kommt so den nordkoreanischen Agenten auf die Spur. Als die beiden Täter, ein Mann und eine Frau, von Bahrain aus ein Flugzeug nach Rom besteigen wollen, werden sie festgenommen und versuchen, sich mit Zyankali-Kapseln, die sie in Zigaretten versteckt hatten, umzubringen. Der männliche Agent stirbt, doch die Frau, die unter einem falschen japanischen Namen gereist ist, überlebt. Es handelt sich bei ihr um Gim-Yon-Hoi, die Schülerin von Yaeko. Sie erhält in Japan zunächst die Todesstrafe, wird aber später begnadigt. Zu dem Vorfall sagt sie, dass sie direkt danach stolz war, die Mission für ihr Land erfüllt zu haben. Megumi Yokota muss währenddessen im Jahr 1986 nach Pyong-Tag ziehen, wo sie mit Gim-Yon-Kyung, einem Mann aus Südkorea, der ebenfalls nach Nordkorea entführt wurde, verheiratet wird. Vermutlich ist das Ausmaß von Entführungen aus Südkorea noch größer als das aus Japan. Yaeko Taguchi hingegen bekommt Akira Hara als Ehemann, der im Jahr 1980 im Alter von 43 Jahren aus Aoshima in Miyazaki entführt wurde. Und zwar von Sing Gwangshu, dem gleichen Agenten, der auch Megumi Yokota entführt hat. Gwangshu hatte damals den spezifischen Auftrag, einen Japaner zwischen 45 und 50 Jahren zu entführen. Naja, knapp daneben. Hara ist ein lediger Restaurantmitarbeiter und ein Informant von Gwangshu macht ihn auf den Mann aufmerksam. Gwangshu besucht das Restaurant, wo er arbeitet, lädt Hara zu einem Spaziergang ein und geht mit ihm an der Küste entlang. So lotzt er ihn zu vier weiteren wartenden Agenten, die ihn umringen und in ein Schlauchboot zwingen. Mit dem Schlauchboot bringen sie ihn direkt zur Fähre. Hara ist 19 Jahre älter als seine neue Frau Yaeko. Im Jahr 1987 bekommen Megumi Yokota und ihr Mann eine Tochter. Ein Foto von ihr wurde ebenfalls Megumis Eltern in Japan übergeben. Laut den Informationen von Kim Jong-il im Jahr 2002 sei Megumi dann 1994 in eine psychiatrische Klinik gekommen, wo sie Selbstmord begangen hätte. Allerdings sollen die Dokumente über die Todesfälle von acht der 13 Entführten vor dem Jahr 2002 gar nicht existiert haben, sodass Zweifel an deren Echtheit begründet sind. Zu den acht in Nordkorea verstorbenen Personen soll übrigens auch Yaeko Taguchi und ihr Mann Akira Hara gehören. Die Dokumente besagen, dass Yaeko bereits im Jahr 1987 bei einem Autounfall gestorben sei. Ihr Mann Hara sogar schon im Jahr 1986 an einer Krankheit. Einigen der Angehörigen werden sogar angebliche Überreste der Verstorbenen, wie zum Beispiel ein Knochenfragment, präsentiert. Auch dem Vater von Megumi. Doch wie in einem DNA-Test nachgewiesen werden konnte, sind die Überreste von Megumi und mindestens einem der weiteren Entführten nicht von ihnen. Eine Frau, die zurückkehren durfte, bestätigt, dass sie zwei der angeblich Verstorbenen im Jahr nach ihrem angegebenen Tod noch gesehen hätte. Darüber hinaus melden Informanten immer wieder Sichtungen von Megumi oder Yaeko und es ist sehr wahrscheinlich, dass sie beide noch leben. Infos, die aus einer sehr zuverlässigen Quelle zu kommen scheinen, besagen, dass Megumi zwischen 1995 und 1997, also nach ihrem angeblichen Tod, die Kinder von Kim Jong-il in Japanisch unterrichtet hätte. Da sie für eine so hochrangige Person arbeitet, soll sie unter spezieller Beobachtung stehen und sie und die anderen sieben angeblich Verstorbenen sollen Informationen zu Sachverhalten in Nordkorea haben, die nicht nach außen dringen sollen. Also auch ein Grund für den Staat, sie nicht zurückkehren zu lassen. Außerdem hat die japanische Regierung ja Informationen über die Entführung von 17 Personen. Doch da Nordkorea lediglich 13 Fälle einräumt, wird ja das Schicksal von vier weiteren Personen komplett ignoriert. Hitumi Soga hingegen, die junge Frau, mit der Megumi zu Beginn in Nordkorea zusammenlebte, ist eine der fünf Entführten, die im Jahr 2002 in ihr Heimatland Japan zurückkehren dürfen. Seither hat sie sich wiederholt für eine restlose Aufklärung von Megumis Fall eingesetzt. Sie schließt es ebenfalls aus, dass Megumi Selbstmord begangen hat und ist sich sicher, dass sie und Yariko sowie die meisten anderen der acht angeblich Verstorbenen noch leben. Mehrfach trifft sie sich mit Megumis Vater Shigeru, um ihn zu unterstützen. Shigeru hat sich außerdem mit der ehemaligen Agentin Kim Jong-ho getroffen, die ja Megumi ebenfalls kannte. Auch sie versucht nun zu helfen und ist ebenfalls überzeugt, dass die Entführungsopfer noch leben. Sie bereut das Flugzeugattentat inzwischen sehr und hat mehrfach Entschuldigungen an die Angehörigen der Opfer geschrieben. Sint Wang Shu, der Agent, der Megumis und Akira Haras Entführung durchgeführt hat, entführt noch eine ganze Reihe weiterer Personen. Der Agent wurde selbst in Japan als Sohn koreanischer Eltern geboren und hat einen Teil seiner Kindheit dort verbracht. Später studiert er im Ausland Ingenieurswesen. Nachdem er nach Nordkorea zurückkehrt, fällt er dem Staat auf, da er fließend japanisch und weitere Fremdsprachen spricht. Er wird ausgewählt und ab Beginn der 70er Jahre zum Agenten ausgebildet. Er lebt oft Monate am Stück in Japan, um die Entführungen vorzubereiten. Außerdem ist er ständig auf der Suche nach in Japan lebenden Koreanern, die er rekrutiert und zu Spionen macht. Er fällt dabei nie auf und hat nie Probleme mit irgendwelchen Behörden. Da Nordkorea ja offenbar auch Südkoreaner entführt, befindet sich Gwangshu auch öfter dort. Dort wird man dann auch schließlich auf ihn aufmerksam. 1986 wird Gwangshu in Südkorea wegen Verletzung der nationalen Sicherheit festgenommen und zum Tod verurteilt. Er wird aber ebenfalls später begnadigt und im Jahr 2000 nach Nordkorea zurückgeführt. Bei einem erneuten Treffen japanischer und koreanischer Politiker im Jahr 2004, als die fehlerhafte DNA der Überreste und die Frage nach weiteren Entführungsopfern geklärt werden soll, zeigt Nordkorea sich nicht mehr kooperativ. Die Politiker behaupten weiterhin, alle Überlebenden seien zurückgekehrt und weitere Opfer gäbe es nicht. Darüber hinaus weigern sie sich, Sink Gwangshu und weitere mutmaßlich beteiligte Agenten an Japan auszuliefern. Für die beiden Verstorbenen, die noch von einer der Rückkehrerinnen im Jahr nach ihrem Tod gesehen wurden, präsentieren die nordkoreanischen Politiker plötzlich ein neues Todesdatum. Leider sind mittlerweile rund 44 Jahre seit Megumis und Jaikos Entführungen vergangen. Jaikos Kinder wurden von ihrem Bruder aufgezogen. Megumis Vater, der bis zuletzt aktiv war, um das Schicksal seiner Tochter aufzuklären, ist 2020 im Alter von 87 Jahren gestorben. Sollte Megumi Yokota tatsächlich noch leben, ist sie mittlerweile 58 Jahre alt. Entführt wurde sie im Alter von 13. Wird Nordkorea es jemals zulassen, dass der Sachverhalt glückenlos aufgedeckt wird und wird es Klarheit darüber geben, wo und wie Megumi und Jaikos sowie die anderen in den letzten Jahrzehnten gelebt haben? Megumis Familie ist erst im Jahr vor ihrer Entführung nach Suidojo in Niigata gezogen. Niigata im Speziellen sowie eine Route, die von Tokio aus an den japanischen Alpen entlang bis nach Niigata führt, gilt als besonders berüchtigte Strecke für Entführungen nach Nordkorea. Die Route ist eine frühere Handelsroute. In der Stadt Unamaki, direkt neben Shinjuku, gab es früher eine Industrie von Eisensand und Sirup. Diese Produkte wurden über die Handelsroute, die seit damals Omachi-Route genannt wird, nach Niigata und von dort aus mit der Fähre nach Nordkorea transportiert. Auf dieser Karte sind sowohl Megumi Yokotas, Hitomi Sogas und auch Jaikotagechus Entführungen eingezeichnet. Die anderen Einträge beziehen sich auf Fälle spurlos verschwundener Personen, bei denen die Möglichkeit einer Entführung nach Nordkorea in Betracht gezogen werden könnte, die aber natürlich auch andere Ursachen haben können. Zumindest wird aufgrund der Häufung der Fälle an der Omachi-Route allgemein angenommen, dass dies auch die Route ist, auf der sich die nordkoreanischen Agenten hauptsächlich bewegt haben. Allerdings haben von den 13 bestätigten Entführungen nur die drei genannten an der Omachi-Route stattgefunden, die restlichen teilweise in ganz anderen Teilen Japans, alle an der Küste, wie zum Beispiel Akira Hara, der aus Miyazaki entführt worden ist, weit weg von der Omachi-Route. Allerdings fällt die Häufung der vielen vermissten Fälle in der Nähe zur Omachi-Route schon auf. Die Überlebenden, die 2002 zurückkehren durften, bestätigen, dass sich eine hohe Anzahl entführter Südkoreaner in Nordkorea befindet, darüber hinaus auch einige Chinesen, Thailänder und sogar einzelne Personen aus dem Libanon und Rumänien. Es gibt sogar ein Anime bestehend aus einer einzelnen Episode mit dem Titel Megumi, der ihren Fall schildert. Angeblich führt Nordkorea ja spätestens seit ihrem Eingeständnis im Jahr 2002, dass die Entführungen stattgefunden haben, offiziell keine mehr durch. Oder? Was denkt ihr, sind diese Zeiten vorbei? Oder besteht für Japaner immer noch die Gefahr, von Agenten entführt zu werden? Lasst mir gerne einen Kommentar da und vergesst nicht, ein Abo und ein Like da zu lassen. Falls ihr Lust auf noch mehr Kriminalfälle habt, dann schaut mal auf meinem Patreon vorbei oder denkt über eine Kanalmitgliedschaft nach. Danke fürs Anschauen. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich.